Der Wind Waker RANDOMIZER 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 Das ist natürlich Ist natürlich ätwas Damit Können wir jetzt einen Brief kriegen anscheinend Das sind nämlich so Sachen die Leider auf dem Tracker jetzt eben nicht für euch angezeigt werden weil Die auf so einem ExtraMenü auf der Seite sind Aber hier gibt´s die Briefe Gibt´s noch ein ein Eigenes Und was ist alles auf dem Meer zu tun, gibt es nochmal ein eigenes Untermenü und so. Wie gesagt, der Tracker ist nicht optimal für mich zum Aufnehmen, aber er ist halt aktuell das Beste, was ich habe. Weil, wie gesagt, der andere Tracker, den ich sonst benutze, noch nicht geupdatet wurde, seit die neue Randomizer-Version draußen ist. Dann schauen wir mal, wie gut wir hier in dem U-Boot vorankommen. Ich kann mir nie merken, welches U-Boot jetzt noch gleich welche Herausforderungen hat. Schauen wir mal, wie wir mit unseren drei Herzen und ohne Items hier reinkommen, aber anscheinend ist es in Logik. So, welches U-Boot ist das? Ja, das ist das Schleich-U-Boot. Na, nicht wirklich schleichen, sondern an allem vorbeihangeln U-Boot. Das ist so ein bisschen schleichen, ne? Aber nur so ein bisschen. Na, erstmal runterhangeln. Mal schauen, so grob in die richtige Richtung zielen, wo wir anfangen loszuschwingen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit, äh, nur drei Herzen jetzt nicht unbedingt da unten gehen, die drei Mobblers auf einmal kämpfen möchte. So gern ich deren, äh, Todelschädel-Ketten hätte, äh, vielleicht nicht die beste Idee. So halb unbewaffnet und so schwer verwundbar. Ja, ich glaube auch für diesen Charaktermodell, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, für einige Charaktermodelle gibt's auch, äh, Voice-Mods, die tatsächlich die Stimme von Lang ändern. Das hab ich ausgeschaltet, weil ich die noch nie ausgetestet hab und ich wusste, wie, äh, die Voice-Mods so sind qualitativ. Von daher bin ich auf Nummer sicher gegangen und, äh, bin bei Langs Stimme geblieben. Bin bei der ganzen Sache hier. Also es ist nur noch hier rausgekommen, ohne zu sterben. Das haben wir wohl gleich geschafft. Okay, und dann, äh, können wir, schätze ich, jetzt mal uns teleportieren. Kann ich den Rob-Song noch? Kann ich noch. Ist lange her. Gut, dass wir immer angezeigt bekommen, welche Dumpen wir machen müssen. Das ist sehr praktisch. Das zu sehen. Na, ich hab ja den, äh, das hatte ich auch schon angekündigt, die, äh, Race-Modus-Methode mal angemacht. Okay, ein Herzteil gefunden. Hier drin. Äh, ein Herzteil hier drin. Zack, zack, abgeschlossen. Wunderbar. Ähm. Wo eben in vier Dungeons der Boss definitiv ein, äh, Item fallen lässt, das gebraucht wird, um das Spiel abzuschließen. Äh, dadurch haben die Dungeons endlich mal Gewichtung in diesem Modus, was ich halt, äh, bis jetzt immer so beklagt hatte. Äh, dass die Dungeons eben halt eigentlich unnütz waren. Weil die Dungeons abzuschließen, weil die Dungeons abzuschließen, ja, keine, äh, Items gibt, die dafür sorgen, dass man sicher durchs Spiel kommt. Äh, aber, naja, jetzt geben die Bosse halt definitiv, äh, Items, die man braucht, von daher. Äh, dann können wir jetzt, äh, diesen Brief verparken. Von Komaris Vater. Die erlang. Und dafür bekommen wir, äh, noch ein Herzteil. Okay. Das ist nicht so nützlich. Ja, dann schätze ich mal, fangen wir einfach mal hier mit an. Ja, ich gehe ja schon weg. Fangen wir erstmal mit dem Schleichen an, weil es immer so lange dauert. Ehe der nicht langen Sidequests. Können wir ja schon mal wieder hier auf, äh, Portemonnaie umschalten. Äh, dann können wir hier noch ins Piratenschiff rein. Den Brief von Maggie abholen. Das Haus des Reichen rein. Das ist ganz nett, dass man jetzt das alles so mitlesen kann. Und nicht immer sich nur, äh, wunder, woher zu Teufel ich eigentlich die ganzen Sachen lese. So, hier können wir noch ein paar Rubine raus. So, sie rennt da rauf. Holen wir uns hier noch ein paar Rubinen raus. Wie immer. Rubine sind immerhin schön. Und sinnvoll. Aber wenn wir keine teuren Einkäufe machen müssen, müssen wir vermutlich immer noch Einkäufe machen. Wir machen weiterhin brav Katzen nach. Was uns irgendwie da verrätzt ist, gefuten zu werden. Weil hier so viele Katzen unterwegs sind, mit denen sie uns wechseln kann. Ich würde sich erstmal an die Kamera wieder gewöhnen. In welche Richtung ich die Kamera eigentlich drehen muss. Um nach links und rechts zu schauen. Da ich leider den Stick nach rechts bewegen muss, um die Kamera nach links zu drehen. Bei Kameradesign und so. Ja, hi. Ich hab dich dabei erwischt, wie du das klauen wolltest. Du freches Mädchen. Äh, er bleibt auf Justice. Ja, klar. Ja, das ist grausam. Okay. Ja, ja. Bla, bla. Und dann gibst du mir jetzt... ...mehr Geld. Okay. Wie immerhin, das ist Geld. Ja, dann... ...verzieh dich mal. Okay. Hat sich verzogen. Äh, dann... ...können wir hier noch ein paar Rubinchen mitnehmen. Kann mir ja nicht schaden, ein paar Rubinchen mitzunehmen. Und dann... ...äh, wollte ich da nicht unbedingt draufklettern. War jetzt nicht so geplant. ...so. Dann... ...schauen wir hier mal tagsüber vorbei. Ja, nachts über. Es ist nicht Tag. Äh, ich möchte dann noch nicht draufklettern. Danke. Wir reden mal mit uns selber. Hey, wie geht's? Klar, schmeiß ich jetzt gerne für dich in den Briefkasten, diesen Hookshot. Oh Gott. Gerne doch. Ich schmeiß für dich gerne einen Hookshot in den Briefkasten. So. Äh, dann... ...haben wir dafür... ...damit auf jeden Fall schon mal ein Item gefunden, das wir... ...definitiv brauchen, um den Seed abzuschließen. Schon mal ein Eins. Und hier haben wir noch mehr Geld. Das wir jetzt auch schon nicht mehr tragen können. Jetzt ist es schon fast ärgerlich, dass wir an den Auktionen nicht mehr teilnehmen, ne? Aber auch noch fast. Ja, dann können wir jetzt noch... ...ääh... ...Tigel-Tigel retten und... ...mit Todd da hinten reden. Seine kleine Tag-und-Nacht-Melodie lernen. Und überhaupt. Und dann noch ins Piratenschiff gehen. Hey, Todd. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Muss ich erst mit dir reden? Scheinbar. Ja, du bist Todd und so. Hier. Okay, man muss erst mit ihm reden. Alles klar. Dann haken wir Todd schon mal ab. Ja. Yay. Pow. Ja, du bist super. Abgesehen davon, dass dein Timing noch nicht so richtig gut ist. Und dafür kriegen wir... ...ne Schatzkarte, die mich nicht interessiert. Yay. Yay. Pow. Ja, du... ...du bist glücklich. Das ist schön. Das freut mich. Ääh... Dann gehen wir mal Tingel retten. Er-Tigel-Tigel. Kriegen wir immerhin zwei Items für und dann... ...noch, ääh... ...ein weiteres Item... ...weiter hinten drin. Dafür, dass wir dann durch die Gegend... ...ääh... ...robben. Und so. Hey, Tingel, wie geht's? Das machst du so. Cool, lieben. Boah. Er freut sich auf jeden Fall. Wie immer, wenn er befreit wird. Und dafür kriegen wir erstmal schon mal die Kraftarmbänder. Okay. Kraftarmbänder. Ääh... Können wir mal Tingel abhaken. Und... ...dann gibt es jetzt gleich noch ein zweites Item. Geht mal her. Ist noch ein Herzteil. Okay. Irgendwo müssen die ganzen Herzzahle hier rumliegen, ne? Ich geh mal davon aus, dass die meisten immer noch irgendwo auf dem Boden des Meeres rumhängen werden. Wie so oft. Ääh... Dann... ...müssen wir das Ding hier mal wegschieben. Na, und dann hier mal reinklettern. Oh. Was bei außen? Ich hab mir noch nicht gemerkt, wie es hier irgendwie am schnellsten durchgeht. Kann sein, dass sie die Kriechgeschwindigkeit erhöht haben? Es kommt mir irgendwie schneller vor als sonst. Ich kann mich irren. Aber es kommt mir irgendwie... ...so vor, als hätten sie das Kriechen insgesamt schneller gemacht, als es das sonst so war. Äh, hier sind wir ja fünf Rubine. Das ist ein Start. Und... Joa, da sind wir auch schon wieder richtig angekommen. Ich hab gesagt, irgendwann muss ich mir mal merken, wo es jetzt echt irgendwie schnell durchgeht. Okay. Eine weitere Schatzkarte, die mich nicht interessiert. Wieder einmal die Tatsache, dass man hier drin die Kamera nicht drehen kann. Noch so eine Sache, die ich immer wieder vergesse. Na, und dann... Ääh... Was hier, glaub ich, direkt nach rechts. Genau. Einmal in die Ratte rein. Machen wir das auch. Äh, dann... Da haben wir jetzt nur noch das Piratenschiff. Und, äh, die ganz kleinen Sträuche zu erledigen. Also, wir erledigen nicht die ganz kleinen Sträuche, aber wir erledigen ihre Aufgabe. Wenn die kleinen Sträuche zu erledigen, wäre sicherlich auch lustig. Jetzt gehen wir erstmal ins Piratenschiff. Erstmal den Unfug machen. Und danach können wir dann Tag machen und uns um die, äh, Sträuche kümmern. So, dann... Zack, einmal Kamera drehen. So, äh, nochmal Kamera drehen. Und dann... Treten wir bitte auf den Schalter. So, und dann schauen wir mal, wie viele Versuchen wir dafür brauchen. Wahrscheinlich wie immer zu viele. Mehr als einer ist zu viel. Und zack, bitte runter. Nehmen wir mal ordentlich Schwung. Und nehmen noch weiter Schwung. Und dann warten wir darauf, dass uns die... ...reine Fackel hier mehr entgegenkommt. Wunderbar. Na, und dann geht's da vorne hin weiter. Aber da brauchen wir noch mehr Schwung für. Komm schon, schwingen. Wunderbar. Fast da. Na, Maggie hat's fast geschafft. Sich durchs Piratenschiff zu schwingen. So, nur noch der letzte Schwung. Und... ...dann... ...abspringen. Wunderbar, haben wir geschafft. So, was sind denn die Bomben heute? Wir sind... ...unser viertes Herzteil. Na, bestens. So. Dann jetzt nur noch aus dem Piratenschiff raus. Und dann können wir Tag machen. Und dann können wir... ...tags über... ...hier unsere letzten beiden... ...checks machen und uns dann... ...wieder fleißig von der Insel verziehen. Haben wir schließlich doch... ...ein Item bis jetzt gefunden. Naja, zwei. Die Kraftanbänder zählen ja auch. Scherz ich. Zählen nur so halb. Aber sie zählen auch. Der Hochschott sollte zumindest von sich alleine aus... ...schon einiges... ...jetzt neu verfügbar gemacht haben. Wenn die Kraftanbänder an sich, glaube ich... ...erst mal nicht so viel tun. Ich meine... ...hier Stonewatcher Island müsste dadurch jetzt... ...glaub ich verfügbar sein. Die eine komische Riesenstatue, die da steht. Theoretisch. Ob wir dann durch die... ...Kampfhöhle da unten mit... ...den ganzen Nimbusgarden und so durchkommen... ...ist dann eine andere Frage mit drei Herzen. Das ist jetzt mit vieren. Und unserem Standardspern. Vielleicht doch ein bisschen wenig. Ne, wir müssen reden. Ja, ich... ...jage gerne die Kinder für dich. Bei sonst nichts zu tun. Ne? Hey, wie geht's? Ähm... ...wir wollen mal eine Runde Fangspielen, ne? Kann ich mit einem Anführer reden? Bitte? Danke. Ja, ja, ihr kleinen... ...Killerbees. Ja, ich... ...ich fange schon alle vier von euch. Irgendwie kriegt er schon hin. Hatte bis jetzt auch immer funktioniert. Auf... ...magische Art und Weise. Oh, da ist das erste Kind. Der ist direkt schon mal vor mir flieht. Maggie, du solltest auch clever genug sein, um die nicht einfach so vor dir wegrennen zu lassen, die Kleinen. Ja, ich... ...ich weiß, ich bin super. Ich bin die Beste. Und überhaupt. So, dann... ...na, wir hinten einen Grabstein. ... ...du kleiner Frechdachs. Spring dir dann mal runter. ... ... ... ... ... ... Ja, rennen! Warum lassen wir denen immer so viel Vorsprung? Hol's doch einfach eher ein. So, auch den gefangen. Eigentlich müsste ich ja im, äh... Kinder fangen, dank Majora's Mask Randomizer jetzt eigentlich auch ordentlich Übungen drin haben, ne? Eigentlich. Würdest du dich bitte mal an die Wand dranhängen? Danke. Dann geht's hier nämlich wieder los. Und vielleicht hier hinter. Langsam. Aber sicher. Okay. Hey, du da. Der kriegt natürlich auch wieder seinen Riesenvorsprung. Aber wenn ich die Bomber jagen kann, dann kann ich auch euch jagen. Das krieg ich hin. So. Noch einer. Bleibt nur noch der Anführer. Der da oben auf seinem Baum sitzt und wartet. Bis irgendwas passiert. Der natürlich auch wegrennen darf, denn ne? Wie gesagt, warum sollst du uns so aufhalten? Na, du kommst jetzt mal her, bitte. Dankeschön. Wunderbar. Und dann schauen wir mal, was wir hier bekommen. Ein Gassenherz-Container. Okay. Dann hat Ivan uns immerhin einen Gassenherz-Container gegeben. Dann gehen wir jetzt noch zu Miss Marie rein und holen uns von ihr noch die Belohnung. So, hey, wie geht's? Du gibst mir das Teleskop. Okay, das gibt uns nichts, aber wir haben ein Teleskop. Immerhin etwas, schätze ich. Okay. Dann können wir uns natürlich jetzt noch das eine festgelegte, kostenlose Glücks-Amulett holen. Mit dem wir natürlich erstmal noch nichts anfangen können, weil wir noch nicht die Tasche dafür haben. Aber in der Theorie haben wir dann zumindest schon mal eins. Ähnlich wie die Goldfeder, die wir schon haben. Die uns noch nichts bringt. Aber wir haben schon mal eine. Also holen wir uns das auch, ne? Wenn man schon Geschenkste-Joy-Panels bekommt, kann man es auch mitnehmen. Jaja. Ihr Kittis könnt mich mal Ruhe lassen. Und dann machen wir uns als nächstes auf die Tapsen-Insel, schätze ich. Joa, warum nicht, ne? Warum nicht? Auf die Tapsen-Insel. Neue Haufe zu gähnen. Du machst mich noch ganz müde. Äh, dann äh, zack, dann was dahin. Und dann reisen wir mal los. Äh, das ist definitiv zu weit nördlich. Das ist noch viel weiter nördlich. In die Richtung wollen wir. Dahin. Waren immerhin, äh, vier Kisten auf uns, ne? Anscheinend. Außerdem haben wir hier auch die, äh, äh, die Tauch-Crew, mit der wir reden können, die uns auch noch ein Item geben. Also viel zu tun hier in dem Quadrat. Ich weiß gar nicht, warum ich extra nach dem, äh, Rubin gejagt hab. Wir haben aktuell eine volle Geldbörse. Wir können nicht mehr Geld schleppen. Hab ich irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren. Die Tatsache. Äh, jetzt müssen wir noch hier irgendwo noch hochgefässert kommen. Schwieriges, äh, Unterfangern und so. So, ähm, da, 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 da. Gehe ich natürlich eigentlich immer erst am liebsten rein, wenn ich dann auch, äh, zumindest den Greifhaken schon hab, damit ich, äh, die eine Wand hier hochklettern kann. Da muss auch ohne gehen. So, ich soll irgendwie an die Dinger hinter den Felsen rankommen. Ah ja, die Kraftanbänder sorgen dafür, dass wir die Dinger einfach hochheben können, wie praktisch. Das hätte ich nur natürlich die, äh, Schatzruhe öffnen müssen. Das hätte natürlich enorm geholfen. Dann können wir uns halt erst mal ein paar Schleime. Ähm. Okay, warum kann ich diese verdammte Schatzruhe nicht öffnen? Scheint sehr schwer zu sein. Okay, dafür, oh, kriegen wir einen Bogen. Glück, einen Bogen. Äh, in, äh, Behind First Ball, da, schätze ich. Schwer zu sagen. Ja, ein bisschen grüne Schleimgelee. Schon mal sammeln, ist auch nicht schlecht. Ist in den neuesten Versionen natürlich auch mal nützlich, Schleimgelee. Nicht nur, um, äh, Potions zu machen, sondern der, äh, Typ, der einen Potions macht, hat jetzt auch für, äh, grünes und rotes Elixier, Randomize the Items. Wenn ich das richtig gelesen hab. Also, wenn man dem halt das erste Mal, äh, Schleim von roter oder grüner Sorte zeigt, dann, halt statt ihm, statt einem das festgelegte, rote oder grünen Elixier zu geben, gibt einem halt dann, äh, noch was, äh, sinnvolles dabei. Hier haben wir unsere erste Tegelstatue gefunden. Die verbotene Tegelstatue. Dargestellt in der Pose des, was auch immer. Natürlich, um die, äh, Belohnung von dem Porsche-Macher zu kriegen, müssen wir natürlich auch erstmal, äh, die Tasche dafür haben, nämlich wir ihm Schleimgelee überhaupt geben können und so. Na, und dann haben wir hier natürlich noch eine Schatztruhe, mit dem zweiten Felsen. Das ist nur eine Schatzkarte. Nichts Wichtiges. Na, komm schon. Geht drauf, bitte. Beide. Danke. Ah, er ist sogar noch ein dritter. Wie fies. Wie fies von ihm. Einfach noch da zu sein. Und dann noch ein vierter. Uäh. Okay, ich hab mein Gelee, das ich haben wollte. Dafür kommt, äh, der Porsche-Macher ja auch jedes Mal extra auf die Tapsen-Insel, um hier Schleimgelee zu holen. Wir brauchen in, äh, Wind Waker Randomizer auch noch irgendwie die, äh, Möglichkeit, den Touchstock auf dem festgelegten Button auf dem D-Pad zu legen. Seitdem, äh, der O.C. Randomizer das gemacht hat, wie ich das von allen Randomizer haben. Das sind bestimmte, äh, Items, die man, mit Sicherheit oft benutzt, einfach auf, äh, irgendwelche Plätze setzt, die sonst nie benutzt werden. Aus dem Grund könnte ich nicht weiter nach oben zielen. Sobald die Wand hinter mir war, schade war ich zu weit an der Wand. Okay. Muss ich denn wirklich auf meinem Boot draufstehen? Hrrr. Warum sind denn die Bäume so weit weg? Ist doch nervig. Ich sag doch. Na gut, dann drehen wir uns halt erst mal um. Und dann gehen wir an den Baum ran, sobald die Wellen uns, äh, da dran lassen. Dankeschön. Dann brauche ich, äh, verborgen. Und dann, äh, werden wir jetzt mal in die Wizzrob-Höhle reingehen, die wir dank Burgen jetzt abschließen können und werden vermutlich hier erst mal zu Tode gemetzelt mehrfach. Mit, äh, unseren viereinhalb Herzen gegen Wizzrobes. Die Gegner beschwören. Können tödlich werden. Okay, ein Treffer. Zwei Treffer. Drei Treffer. Genau, dieser könnte auch noch tödlich werden. Noch, der erste ist down. Habe ich die Beschwörung noch abgebrochen? Sieht so aus. Aber spätestens, wenn wir jetzt gleich, äh, äh, drei von der Sorte hier haben, würde das nichts mehr mit, äh, sämtliche Beschwörung abbrechen. Okay. Da müssen wir zumindest gucken, dass wir, äh, von zweitem davon die Beschwörungen brav weiter abbrechen. Okay. das hat überraschend gut funktioniert. So insgesamt. Ich bin wirklich schwerst überrascht, wie gut das funktioniert hat. Na, dann... Äh, warten wir jetzt darauf, dass der Typ wieder respawnt. Währenddessen versuchen wir schon mal ein paar von den Tüchern hier zu töten. Da wir sowieso gleich alle umbringen müssen. Gut, dass die 30 Pfeile tatsächlich so eben auch für die ganze Sache hier ausreichen. Denn so viele Pfeile hab ich ja nicht daneben gesetzt für die ganzen Gegner hier. So. Ich hab ziemlich genau einen daneben gesetzt. Ich hab 25 Pfeile verbaut. Ich hätte mindestens 24 gebraucht. Also, das würde ich mal sagen, ist ganz gut gelaufen. So insgesamt. Oh, das hat mir ganze 20 Rubine gebracht, der Aufwand. Puh. Hat sich ja gelohnt, da 25 Pfeile auszugeben. Äh, schauen wir mal. Äh, klar. Da wir Pfeil und Bogen haben, können wir auch Zyklos machen. Äh, das können wir sowieso erstmal mit den Jungs auf ihrem Schiffchen reden. Mit der Mannschaft hier vorne. Weil wir denn uns wieder ein Segel hingelegt haben. So, hey Kollegen. Äh, gib mir nochmal ein Item. Und dafür brauchen wir Joy Pendant. Yay. Wie toll. Ich habe irgendwie gehört, sie können Hinweise geben, ist das richtig? Das sind halt immer noch die Kartenfische zu sein, okay, dann habe ich mich da irgendwie verlesen, dann machen wir uns jetzt noch hier zu dem Turm auf, können darauf noch die Gegner erledigen, aber es scheint es, wenn ich den Changelog richtig in Erinnerung habe, geändert zu haben, wie lange man mit dem Boomerang braucht, um die Kanonen an so Diggern hier zu töten, anscheinend, wenn die, wenn diese Plattformen hier Kanonen haben, gehen jetzt mit dem Boomerang irgendwie mit einem einzigen Schuss drauf, was natürlich den Boomerang deutlich angenehmer macht, dafür zu benutzen, statt Bomben, ich meine nicht unbedingt statt Bomben, aber es auf jeden Fall, wenn man noch keine Bomben hat, tatsächlich, dass es nicht ewig dauert, dass man diese Plattform hier macht, das ist auch immerhin etwas. Ich hatte ja erst, ich glaube im letzten Seat gelernt, dass man die Kanonen sich mit dem Boomerang überhaupt kaputt machen kann und muss dann feststellen, dass es ewig dauert. Und hier haben wir die Spoilsback gefunden, okay, das gibt uns natürlich noch ein paar Sachen, die wir jetzt machen können. Wir können zum Beispiel jetzt Miss Marie, wenn wir das Glücksplanet übergeben, wir müssen eigentlich auch den Potionmacher jetzt Weitens übergeben können, ich weiß nur nicht, ob das schon in Logik ist, oder ob wir überhaupt schon genug von den Dingern dafür haben. Ähm, was machen wir jetzt überhaupt als nächstes? Haben wir irgendwo eine hohe Itemdichte, nicht so richtig, ne? Irgendwie ist alles so ein bisschen, ein bisschen auseinander weg. Also machen wir vielleicht hier oben erstmal irgendwie die Ecke weiter. Ja, hier vorne sollen ja zwei Stück sein, die wir direkt beide holen können. Und da habe ich gesehen, da oben rechts sind so noch ein paar andere Locations, die wir checken können, also, ach, warum nicht, ne? Gehen wir erstmal hier hin. Prüfen wir erstmal die Ecke hier. Wir kriegen auf jeden Fall erstmal eine komplett kostenlose Schatzzuhe, die einfach hier rumsteht. Und da haben wir dann da vorne noch das U-Boot, außerdem haben wir mal wieder blaue Schleime getötet, also einen, bevor er irgendwas tun konnte. Und das ist dann das Herzteil, dann töten wir den anderen Schleim auch mal eben noch. Na, komm, zeig dich, wenn man hier auf dich schießen kann. Wunderbar. Mal sehen, dass ich doch direkt das nächste Schleim. Gelee. Äh, wo ist mein Brot? Da ist mein Brot. Mein U-Brot. Ja, und dann ab ins tatsächliche U-Brot, hier vorne. Das hier so schwimmt. Dann schauen wir mal, dass wir hier drin finden. Welche frische Hölle hier auf uns wartet. Da haben wir die Kisten natürlich abgeschlossen. Und jetzt haben wir hier... Ach, die... Mini-Blinds, die eine Million und zwei davon. Und das, äh... Ohne Maße schwer. Das heißt, die Mini-Blinds brauchen alle jeweils zwei Schläge. Das ist das, was wir haben wollen. Mini-Blinds, die zwei Schläge brauchen. Immer schön. Gegen die Viecher zu kämpfen, wenn sie noch mehr als einen Hit brauchen. Vor allem, wenn da so viele dann von durch die Gegend rennen. Ja, gib mir mal die HP. Weil, warum nicht? Aue. Danke für den Quickspin. Den ich schon die ganze Zeit versuche zu machen. Komm, geht doch. Geht so drauf. Ich hätte immer noch gerne meinen Quickspin. Danke. Geht doch. Verdammt, ein Mini-Blinds. Geht drauf, ihr Mistviecher. Meine Güte. Ich hasse Mini-Blinds. Wenn ich so noch zuschotte. Das ist, wenn man so mit dem Master-Shade-One-Shotten, sind sie kein Problem mehr. Aber vorher... Vorher sind sie einfach nur nervig. Wenn sie noch Angriff überleben und so. Ja, aber dafür bekommen wir... Den großen Köcher. Das ist nicht schlecht. Ich hatte nicht mehr allzu viele Pfeile dabei. Dann können wir jetzt nach Seven-Star-Island rüber. Ins Nachbargebiet. Denn, ouch. Die 60 Pfeile an sich haben wir uns ja erstmal keine neuen Checks dazugegeben. Also bleiben wir einfach weiter auf dem Pfad, den wir sowieso gerade machen wollten. Wollten wir sowieso gerade hier hinten in der Ecke uns umschauen. Ja, also. Warum nicht? Äh, zack. So, dann. Äh, in diese Richtung bitte. Ich finde es interessant, dass der große Octo scheinbar noch nicht... Ja gut, wir können das, äh... Item, das er fallen lässt, noch nicht heben. Wahrscheinlich ist es deshalb rot. Oder den großen Octo könnten wir theoretisch umbringen. Natürlich wäre es dämlich, das so zu tun, weil danach nochmal seine Leiche zu finden, glaube ich, gar nicht so einfach ist. Von daher, äh, lassen wir doch einfach mal. Und das hier müssten die sein, wo die Wizzrobes spawnen. Was ist das? Und das die drei hier. Die drei Aussichtsplattformen, wo die ganzen Wizzrobes drauf sind. Wo man jeweils neue Ecken bekommt. Falls es die sind, äh, legen wir uns schon mal unsere Items ein bisschen besser. Dann werde ich nämlich Pfeil und Bogen definitiv brauchen. Ja. Es ist genau das, wovon ich gedacht habe, dass es ist. Dann ist es auch gut, dass wir jetzt 60 Pfeiler haben. Zack, erledigt. Wunderbar, erste Kiste. Ich würde sagen, spawnen die Gegner erst, wenn ich die Kiste geöffnet habe, oder? Ne, tun sie nicht. Wunderbar. Wovon zäufig bist du? Du bist da vorne. Okay, die scheinen mit zwei Pfeilen drauf zu gehen. Statt mit vier. Wie die anderen, die wir gerade eben noch hatten. So, äh, du bist drauf. Und den habe ich tatsächlich getroffen. Ich bin beeindruckt. Äh. Autsch. Den habe ich allerdings nicht getroffen. Es ist doof, wenn man wenn die so weit wechseln, dass man sie nicht anvisieren kann. Oh, der ist jetzt aber draufgegangen. So, jetzt können wir direkt alle drei in Folge abhaken. So. Was gibt es denn in der Mitte? In der Mitte gibt es zwei noch Rubine, die ich nicht tragen kann. Yes. Genau das, was ich haben wollte. Auf der nördlichen Plattform gibt es ein Herzteil. Okay. Da will ich nicht meckern. Herzen sind immer gut. Ganon ist in, äh, in diesem Spiel tatsächlich gefährlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Zelda-Spielen. Und hier haben wir den Moblin-Brief. Äh, Moblin-Letter. Okay. Da wir noch keine Posttasche haben, bringt uns das noch gar nichts. Ah, wir haben schon mal den Brief. Das ist etwas. Nicht so richtig, ne? Äh, dann... Können wir jetzt noch hinten in die letzte Ecke. Jawohl, hinten in die letzte Ecke. Ich fahre richtig. Ich bin von dem Kompass immer noch manchmal ein bisschen verwirrt. Und da suchen wir eine Höhle. Ah, genau. Das ist die Insel, wo wir uns mit dem, äh, Enserhaken immer besser nach oben hangeln müssen. An den ganzen Bäumen hoch. Und das ist die Geschichte hier vorne. So, einmal anhalten. Und dann spielen wir das kleine Vasespiel. Oder die Wellenwolken gerade einfach nicht hoch genug. Wir spielen das große Vasespiel. Okay. Dann jetzt aber. Bitte. Danke. Wunderbar. Äh, war das auch eine Kampfhöhle hier, ne? Hm. Könnte natürlich kompliziert werden mit unserer aktuellen Ausrüstung. Aber na gut. Wir sind gerade mal hier. Es ist gerade mal in Logik. Schauen wir mal, wie wir kommen. Ohne zu verrecken. Dann haben wir noch die Geschichte hier oben, wo wir nur ein paar Rubine finden. Ist hier nicht irgendwo noch ein blauer Schleim drauf? Hm, scheinbar nicht. Und das war nicht so geplant. Gute Maggie. Lieber Lang. Oder in dem Falle Liebe Lang. Okay. Kann ich von hier aus einfach an den Baum ran? Ja. Oh, okay. Braucht man den neuen gar nicht für. Gut zu wissen. Bäh. Da durfte ich mich mal wieder nicht zu weit nach hinten lehnen, weil ein Baum direkt hinter mir war. Okay. Hier ist der blaue Schleim. Ich würde doch sagen, auf der Insel ist doch irgendwo einer, oder nicht? Da ist er. Okay. Och, jetzt nehmen wir dann auch das hier einfach mal die Höhle mit. Wenn wir nicht weiter nach irgendeinem anderen Kram suchen. So. Jo, ist eine Kampfhöhle. Ist auch eine von den späten Kampfhöhlen, wie man sieht. Denn, äh, ist ja eine, wo man den Hookshot für braucht. Na, und an den Gegnern, äh, die hier drinnen sind, sieht man auch schon, dass er einer der späteren sein muss. Ähm, würdest du bitte aufheben? Na, verdammt. Nicht getroffen. Autsch. Ja, ohne eigene Bomben könnte das hier schon etwas komplizierter werden. Vor allem, wenn Maggie da einfach direkt vor den Bomben steht und sie einfach nicht aufhebt. Macht's nicht einfacher. Okay, jetzt ist schon mal einen erledigt. Würdest du... Nee, du rollst lieber an den Bomben vorbei, ne? Ist auch viel interessanter, als die Bombe zu nehmen und zu schmeißen. Warum ist halt Bomben aufheben so schwierig in diesem Spiel? Okay. Jetzt haben wir sie aber. Okay, Raum 1 geschafft mit, äh, minimalen Schwierigkeiten. Oder auch etwas mehr als minimalen Schwierigkeiten. Tatsache, dass wir hatten Schwierigkeiten. Sind aber durchgekommen. Die Nemo's Garden könnten immer noch ein ernsthaftes Problem werden. Die hier nachrespawnen sind mit unseren fünf Herzen und, äh, null Master-Sperr-Upgrade. Was sag ich überhaupt? Die hier wären schon ein Problem. Au! Wie hast du mich noch getroffen? So, ganz ohne irgendwas könnten die ein ernsthaftes Problem werden. Ja, vor allem, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, wie gut unser Schild dafür hilft, die zu stammen, die Kollegen. Okay, das hat funktionieren. Autsch. Okay, sind wir mal ordentlich weggeschlagen worden. Natürlich kann er sich erst mal Autsch wieder zusammensetzen. Der eine. Au! Bin mir nicht versichert, womit er mich ja jetzt eigentlich gerade angegriffen hat. Schau mal, ich habe eine Drehattacke. Okay, unser Schild blockt tatsächlich der an Angriffe. Ich bin beeindruckt. Au! Der hat Angriffe kommen immer noch zu schnell raus teilweise. Okay, einer von beiden ist erledigt. Äh, hast du Heilung? Er hat Heilung. Das ist gut. Gut. Okay, stunts ihn leider auch nur scheinbar. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch dazu kommen, den Schädel anzugreifen. Aber natürlich haben wir das nicht geschafft. Ja, dann wirbeln du mal bunt durch die Gegend. Autsch. Gut, dass wir es geschafft haben gegen seine Keule gegen zu springen mit der Kombo. Autsch. Ich hasse es, wenn die Beine sich vom Oberkörper trennen. So, komm, geh drauf. Bitte drauf. Danke. Okay. Zwei Räume abgeschlossen mit, äh, minimalen Problemen. Ahem. Jetzt kommen wir hier nicht mal vollgeheilt raus. Autsch. Autsch. Schön in die Wand gerollt. So wie sich das gehört. Äh, dann gehen wir mal geradeaus in den nächsten Raum. Na, der Raum mit den ganzen Bockblins in den Vasen. Okay. naja, dann kommen wir mal her. Machen wir uns das mal wirklich einfach. So, Nummer eins. Wir müssen ja nicht alle auf einmal aktivieren, die Kollegen, wenn wir es nicht müssen. so, dann hier wieder die schönen, langsamen Angriffe, damit man keine Kombo macht. Ist aber auch gut, dass es funktioniert, die Typen so zu bekämpfen. Ist sehr praktisch, dass es funktioniert. Weil ansonsten nämlich genau solche Unfug-Sachen passieren. Weil die aus Versehen irgendwo reinmacht, wo man sie nicht reinmachten möchte. Du kannst mal an mich zugesprungen. Ist mir nicht sinnvoll. Meine Güte, kannst du noch ein bisschen häufiger auf den Boden fallen, Kollege, um noch möglichst viel Zeit zu verschwenden. Geh drauf, meine Güte. Du bist nicht meine Gefahr. Du musst aber noch unglaublich viel Zeit verschwenden. Und das selten wird, dass wir für den ganzen Unfug hier am Ende 20 Urbinen kriegen. Für den ganzen Aufwand. So, dann müssen hier, glaube ich, Withrobs drin sein. Damit haben wir jetzt schon Erfahrung mit den Viechern. Haben wir schon ein paar erledigt. Sind wir also wieder dabei, die hier in die Luft zu jagen. Okay, hat sie einen Schuss weniger gebraucht, um zu sterben? Das kam mir so vor. Wäre komisch, wenn es so wäre, aber kam mir definitiv so vor. Näh, whatever. Jetzt haben wir erstmal Nimbus Garden und zwar jede Menge davon. Vor allem, weil sie schon anfangen dürfen zu rennen, bevor wir den Raum überhaupt vernünftig geladen haben. Okay, einer von da hat schon mal seine Rüstung verloren. Das ist ein Start. Es ist ein Start für etwas. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Abstand von dem ganzen Gekämpfe da vorne. Ouch. Das war so klar, dass er mit dem Gegner reinrollen nicht funktionieren wird vernünftig. Au! Blöde Sprungattacke. So, wunderbar, Helmspalter. Jetzt haben wir nur noch einen, der komplett berüstet ist. Auch dem haben wir schon mal seinen Schädel abgenommen. Arsch. Nicht in Wände rollen, bitte, Maggie. Au! Wie hat mich das noch getroffen? Ich call schon an Agents. Äh, kann ich dem einfach in den Kopf schießen? Kann ich. ich habe noch 46 Pfeile und ich habe keine Angst, sie zu benutzen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die damit down kriege mit meinem halben Herzen und meinen Pfeilen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Okay, einer ist schon mal tot. Sein Start. Sagen ich jetzt, äh, Hundebowling mit denen spielen kann. Kriege ich sie vielleicht auch down. Ja, also, äh, ne? Steht nur noch einer und der ist auch tot. Okay, merke, Pfeil und Bogen sind auch, äh, ohne Lichtpfeile OP, OP. Okay, wir wollen auf jeden Fall die Abzeichen von denen haben. Das ist eigentlich wirklich sinnvolle von denen, da wir aktuell volle HP haben und, äh, volle Pfeile und volle Rubine haben und so. Also müssen wir noch die Abzeichen mitnehmen. Wunderbar. So, und dann können wir hier drin jetzt unsere unnütze Belohnung abholen. Was würde das Unnütze sein? Wir werden es gleich herausfinden. so, schauen wir noch mal. Hier drin kriegen wir ihr habt eine vollkommen unnütze Schatzkarte. Hooray! Dann hat sich das ja gelohnt, der Aufwand hier unten. Zumindest haben wir gelernt, dass Pfeil und Bogen gegen die Kollegen deutlich nützlicher sind, als ich erwartet hatte, dass sie sind. Das ist etwas, das wir dadurch gelernt haben. Dann plopp fallen wir erst mal auf den Boden. Ich wollte eigentlich ins Wasser fallen, aber ich meine, auf den Boden ist auch gut. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erst mal wieder eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. werden wir vermutlich mal runter in den Süden fahren werden, weil da unten viele Doppelchecks sind. Das klingt nach einem halbwegs vernünftigen Plan. Bis dahin. Aloha! Doppelchecks. Doppelchecks.